Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video für die 16.0, für das neue IN16.0. Und hier geht es jetzt um das Drei-Wege-Ventil im Sanitärbereich. Die Aufforderung, das umzusetzen, kommt von unseren französischen Kunden und wir haben es jetzt einfach in Deutschland mit umgesetzt. Wir wissen, dass das eine verhältnismäßig seltene Anwendung ist, nach unserem Wissensstand. Aber ja, fällt uns einfach zu und es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo man sie gebrauchen kann. Ich zeige dir mal kurz die Vorgehensweise, die grundsätzliche Umsetzung. Ich habe hier ein kleines Schema. Und das sind im Grunde zwei Reinduschanlagen, die habe ich jetzt nur mal exemplarisch hier aufgeführt. Ich habe jetzt hier unten meinen Kaltwasseranschluss, meinen zentralen Einspeisepunkt. Der hat neu in der Berechnung eine Temperatur gekriegt. Die brauchen wir gleich. Und ich habe hier meinen Warmwasserspeicher, der hat auch eine Temperatur, 60 Grad. Und dann hätte ich jetzt hier die normale Anwendung. Man sieht hier ein bisschen, ich habe hier mal den VR und den VS-Wert abgefragt und dann sehe ich die entsprechenden Werte hier. Ja, jetzt mache ich folgendes. Ich nehme das mal hier raus und jetzt nehme ich bewusst als erstes die Zirkulation raus. Weil die Bedingung für dieses Dreiwegeventil ist, ich kann dieses Dreiwegeventil nicht innerhalb eines Zirkulationsstrangs einsetzen. Also es kann nur als Mischventil hier eingesetzt werden, zum Beispiel für so eine Reinduschanlage. Und dann muss hier die entsprechende, der entsprechende legionellen Schutz muss dann durch eine Durchspülung und dergleichen hergestellt werden. Also zumindest mal in unserer Berechnung hier. Ja, und dann gehe ich in den Bereich Sanitär. Guck mal hier in die Armaturen des Netzes. Und dann ist hier unten neu das Dreiwegeventil Sanitär. Ja, das hat jetzt im Grunde mehrere Anschlusspunkte. Eine Warmwasserseite, eine Mischtemperatur, das ist dieses Orangene, und eine Kaltwasserseite. Man kann das Bauteil dann entsprechend hier drehen, wie man das braucht und kann das dann hier entsprechend einsetzen. Ich kann das auch auf dem zweiten Reiter dann nochmal spiegeln, hier zwischen kalt und warm. Also da kann man jetzt unterschiedliche Möglichkeiten sich vorstellen. Ich setze jetzt mal hier ab und jetzt mache ich eine Verbindung von der Warmwasserseite. an dieses Ventil. Jawohl. Dann für die Kaltwasserseite an das Ventil. Und dann eben, das ist hier jetzt dieser Mischwasserbereich. Und da geht das jetzt auch an das Ventil entsprechend heran. Und dann trenne ich natürlich hier den Mischbereich und den Warmwasserbereich. Lass das mal aktualisieren. Und jetzt kann ich ja, und dann kann ich hier über rechte Maustaste, Netz, Teilnetz, kann ich die Leitung markieren. Jetzt habe ich hier hinten alle Leitungen markiert. Und dann kann ich hier aus dem Bereich Warmwasser die Mischtemperatur entsprechend rauswählen. Mal nochmal STRG L. Das ist also auch so angeschlossen hier. Und ja, dann haben wir auch das richtige Medium hier eingestellt. Dann sehe ich also auch in dieser orange eingefärbten Leitung entsprechend, dass hier die Mischtemperatur vorliegt. So. Und jetzt kann ich hier unten, habe ich meine 10 Grad Celsius, 60 Grad Celsius. Und an dem Mischerventil kann ich jetzt eine Mischtemperatur eingeben. Machen wir mal 45 Grad. Und dann kann ich jetzt hier entsprechend in die Berechnung mit diesem Ventil hineingehen. Das mache ich mal. Lass das einfach durchrechnen. Jetzt kriege ich hier Überschreitung der Ausstoßzeiten. Das liegt natürlich daran, dass ich hier warmwasserseitig hinter dem Dreiwegeventil keine Zirkulation mehr habe. Aber wir können uns jetzt mal anschauen, was hier errechnet wurde. Ich habe also hier eine etwas geringere Warmwassermenge. Die Mischwassermenge ist natürlich die gleiche geblieben. Das sind hier auch diese 0,9. Sie sehen hier oben habe ich die gleiche Anzahl Apparate, wie hier unten, die gleiche Anzahl an Duschen. Dann kann man das ein bisschen vergleichen. Also warmwasserseitig habe ich hier natürlich auch 0,9 Liter pro Sekunde. Entsprechend der Anzahl der Duschen. Kaltwasserseitig auch. Aber der Warmwasserbereich oder wenn man so möchte, jetzt hier Heißwasser, der 60-gredige Bereich ist geringer, weil eben hier eine Mischung stattfindet. Es wird also hier im Grunde mehr Kaltwasser eingespeist, weil ich 0,3 Liter habe, die über das Mischventil dann noch mal als Kaltwasser eingespeist werden. Wir können dann eben das hier so durchrechnen. Die Druckverluste werden entsprechend durchgerechnet. Und für die Ermittlung des VS-Wertes habe ich dann eben und suchen wir den VR-Wert, sprich den Summendurchfluss und ermitteln immer an der einzelnen Teilstrecke dort dazu passend den Spitzendurchfluss. Ja, das ist eigentlich schon diese recht einfache Umsetzung von diesem Drei-Wege-Ventil, was man jetzt im Sanitärbereich einsetzen kann. Ja, vielen Dank! Für mehr Informationen zu unseren Produkten oder um eine Präsentation zu organisieren, besuchen Sie uns auf mep.trimbl.com oder finden Sie den am besten für Sie passenden Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank! quite gut. Bye!